Hallo Susanne, hier ist Micha von der Rampe und heute bin ich beim Bio-Landhof Kelly Warnke. Los geht's! Hallo Linda, ich habe eine Wette verloren und ich soll mich jetzt vier Wochen lang gesund ernähren und jetzt wurde ich zu dir geschickt und dachte, vielleicht kannst du mich dabei unterstützen mit deinen Produkten. Ja klar, auf jeden Fall. Also die Lupine passt super zur gesunden und heimischen regionalen Ernährung. Wie wird jetzt aus den Süßlupinen der Kaffee? Das ist kein Problem, das zeige ich dir. Wenn du online bestellst mit der Golden Giro Card, dann kriegst du 5 Euro Rabatt ab 10 Euro Warenwert.